Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt gerade aus Versehen irgendetwas gemacht, aber Ja, wo bin ich denn jetzt vorhin? Das muss doch einfach sein, wenn ich nicht mehr habe. Ich fahre einfach mal den AT7-Team wieder her. Ja, der in der Richtung meiner Seite. AT7, du hast mich so oft getötet, weil ich dich glaube ich nur 2-3 Mal. Und was ist denn das für ein Schatten? Wer bin ich denn, Pinocchio? Ich bin Pinocchio, yeah. Oh Gott, das sieht komisch aus. Passt irgendwie nicht. Der Schatten wurde auf jeden Fall verbessert, aber er passt schon mal nicht. Gut, gute Idee. Und natürlich kann ich auch noch Bäume um. Ich weiß nicht, ob ich vorne verstehe. Mir fehlen doch gerade irgendwie die Situation. Das ist so mirär. Ich weiß nicht, ob ich in der Gegend weiß es. Wir sind ja bei uns. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich will irgendwie hinter dem AT7 fahren, weil ich jetzt nicht, der trotzdem mehr Panzer macht sich. Okay, bitte. Und jetzt ist es so. Bereits zu feuern! Ich muss die Treppe rein. Feuererlaubnis erteilt! Ich sehe sie nicht mehr! Das ist das, ich meine Eltern ist die König und ich sagte ihn an, sie ist eine Flüchtlinge Ich hoffe, dass er die Flüchtling zusammengearbeitet wird нужde, dass sie die Flüchtlinge k tasten Ziele fasst! Feuererlaubnis erteilt! Wo sind sie hin? Ziel erfasst! Ziel verloren! Bereit zu feuern! Der ging voll durch ihre Panzerung! Ich sehe sie nicht mehr! Ziel erfasst! Wir haben das Ziel verloren! Feuererlaubnis erteilt! Ha! Der ging voll durch ihre Panzerung! Boah, natürlich wieder ich! Ich sehe sie nicht mehr! Okay! Das bin ich jetzt gemein! Hörerlaubnis! Ich bin jetzt halt wieder dabei! Jetzt kriegst du die Panzerung! Und her! Ah, er ist tot! Ah, er ist tot! Ah, das kann ja wieder nicht die Beschneidung! Das ist alles hier! Ausatmen! Auch hier! Verliere ich schon wieder! Ja, oh, mein Gott! Da kann ich mich jetzt schon benutzen! Ja! Dann kann ich auch einfach so, dass wir bis stören! Ich wette, er lebt schneller nach dem Tief. Ey, das gibt's doch gar nicht, komm schon. Was, meinst du in 3-Kids? Ich glaube. Das ist ein großes Problem, mein Freund, und zwar mich. Oh je, die haben uns an die Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Einfach mal von typischem Treffen konzentriert sein Problem. Wehe, noch mal schießt mir die Kette ab. Oh, komm schon. Wenn der jetzt weg ist. Kette wieder funktionssüchtig. Los geht's. Feuererlaubnis erteilt. Ich sehe sie nicht mehr. Oh je. Okay, komm. Ich sollte es so gut machen. Ich muss es nicht treffen. Nein! Oh man, man stirbt in genau dem Moment, wo man schießt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Naja. Jetzt kann ich dich noch schnell verkaufen und endlich siehst du mal, wieso brauche ich jetzt neue Mojiktionen, weil die alle in dem alten. So, jetzt sieht er endlich richtig cool aus, na gut, jetzt muss ich jetzt nur noch schnell, ach das mache ich, wenn ihr weg sollt, so jetzt nochmal, jetzt sind wir natürlich 2% langsamer, aber gut, denn das nächste ist der Motor und Begegnungsgefecht. Na ja, wenigstens sehe ich jetzt für meinen, also für mich gesehen, cooler aus. Mit den beiden Stacheln oder auch, mit den beiden Stehen hier raus. Cool, wir gehen ins Gefecht, weil Lisa hat das gefehlt mir. Jetzt bin ich noch ein bisschen auf, aber ich gehe einfach in den Frankkamp, weil ich ja nicht bin und den, komm mal probieren wollte. Das Problem hat eigentlich nur, hat eigentlich nur bessere, eine bessere Panzerbaut und mehr Leben, also, ja, ich meine, ist da auch schon mal was. Also, ich habe das Gefühl, das sieht, dass wir ein bisschen scheinbar sind, aber jetzt haben wir auch genutzt. Also, das hat man ja wieder aufgemacht. Also, das ist der Rettungsgericht. Wir stellen die Flucht. Eigentlich nur mehr sehen. So, jetzt kannst du noch was, oder? Und bis dahin. Ich kann dich nicht sehen, ob das an deinem Tum ist. So, für uns war es auch ok, dass du 5 Tankspotten hast. So, für uns war es auch ok, dass du 5 Tankspotten hast. So, für uns war es auch ok, dass du 5 Tankspotten hast. Was könnte ich denn so erzählen? Tja. Ich habe eigentlich gar keine News so. So, ich sehe sie nicht mehr. 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 Trotz der Unterstützung verloren haben. Tja, es scheint, jetzt würden wir gewählen, aber es schien ja bei dem anderen auch so. Ah, interessant. Deswegen hasse ich jetzt Bäume umzufahren. Ja, wir nehmen ja auch weiter an. Die beiden. Ziel erfasst! Der ging voll durch ihre Panzerung! Ich sehe sie nicht mehr! Sehr gut, natürlich. Jetzt muss ich jetzt ein paar D-Ton ankommen. Die Kraftdachung muss jetzt nicht mehr fassen. Wir haben uns jetzt nicht mehr fassen bei allen D-Ton-Felsen. Eigentlich hätte ich schon mal auf den D-Ton-Felsen. Ziel erfasst! Das muss wehtun! Aber da ist der D-Ton-Felsen. Der ist nicht mehr. Der ging nicht durch! Ich sehe sie nicht mehr! Sehr gut. Jetzt schnell klimmert es auch in meine Deckung. Unter dem Berg muss wahrscheinlich eine bessere Zeit kommen. Okay, sehen wir noch, das weiß ich. Aber dass ich jetzt nicht, dass ich jetzt die Mission gewechselt habe. Okay, vielleicht auch. Hallo? Ich muss mir die Angewohnheit abfüllen, einfach alles abschießen zu räumen mit dem Auto. Also, ein Auto-Visier. Ja, bitte. Ja, bitte. Wie geschah. Geil. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. gut danke n ich bin jetzt ich schätze den Hetzer kann ja mal könnte auch machen ich könnte auch einfach machen dass bei jedes Mal immer die Tagessiege als Siege abmachen so machen wir mal jeden Panzer das wäre vielleicht auch keine schlechte Idee Küste ich glaube die Karte ist entweder neu oder hat ein hinteres neues Bild und ich glaube ich habe mal wieder keine Chance sehr gut das ist mein Hetzer und hier oben ist das Hetzergewehr was niemals benutzt jemals das ist mein Berge los gehts das ist ja hier da ist ein irgendwie neu in die Hörstelle dort das weiß ich und hier das ist ja das ist ja die Hörterwischen die 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 sind Ich glaube, ich werde gleich mit einem Schuss auf sie ein bisschen Blut. Das macht sowas von Sinn, dass es jetzt vielleicht besser wird. Und dem da... Und dem da, oder die Chrome-Welder. Oder whatever. Oder einfach nur vom Himmel, da kann man nicht hier drunter machen. Ich weiß, was passieren wird. Ich sehe es kommen. So. Hm. V1, KV1S, würde ich eigentlich nicht so zu nehmen haben. Oder vielleicht doch. Ah ja. Ich dachte, der wäre ja schon zu Ende. Okay, ich bin tot. Entschuldigung. Wir sind erledigt. Okay, das... Das war die Sensation der Aktion aller Zeiten. Äh, ja. Ähm. Toll. Also wenn ihr irgendwann mal einen Hetzer angemalt seht, der im Wasser versunken ist, das ist meiner. Sehr schön, wenn ihr ihn zurückbringen könntet, oder ähnliches. Ähm, ja. Ja. Ähm. Also eigentlich seht ihr nur hier so einen kleinen Kanone. größten Wasserrat. Und... Ähm. Das ist... Ich hab jetzt jetzt damit irgendwie nicht gerechnet. Ähm. Also ich würde den gern wieder haben, wenn den mal jemand findet. Würde... Wäre schön. Sehr schön. Ne Artillerie nehme ich jetzt auch mal. Damit es nicht so eintönig ist. Begegen uns. Gefechte mit Wald. Das hört sich mal gut an. Verständlich nicht denn. Ich glaub, die ist auch, ähm, perfekt ausgebildet. Ich bin mir aber nicht sicher. Also falls irgendwie mir ein paar Zivilisten vorbeikommen, hab ich hier noch ein kleineres dreieckiges Geschick. Sehr gut. Los geht's! Ich glaub, ich stell mich da unten hin. Ich Audra. Ja, ich mag ja keine Dünnen. Ja, ich mag ja keine Dünnen. Ja, ich mag ja keine Dünnen. Ja, aus der Haut. Schaut an. Danke heng큰 und Schmarrn Werkstatter im presenters. Schmarrn Cause Gamer! Gra الص Areas! nicht bewegen vor allem kann ich nicht ausstehen wenn sie sich aus meiner Richtung bewegen und dann alle verschwinden auch kommen bisschen genau könnte schon sein ist sie genau und jetzt verschwinden alle wirklich ernsthaft die haben schon acht von uns getötet wie schlecht sind wir denn natürlich warum gehe ich nicht mehr in den Nahkampf Kette wurde getroffen das war's für uns los hier achso ja deswegen warum warum habe ich nicht einfach meine M4 M41 den hatten wir denn noch nicht ich wohnen dass er drüben ist ähm wo ist denn eigentlich mein M4 hin ich bin noch doch noch ganz hier ne gut dann habe ich ihn wieder verkauft ähm den Hetzer könnten wir noch eine Chance geben besser gesagt mir als Hetzer okay die Karte kenne ich noch nicht mal wieder ist das ein Tier 6er Gefecht ganz oben und hier 5er ja gut nochmal dann ich glaube die Karte kenne ich doch oder nicht ich glaube die kenne ich gar nicht hier ist die nicht verschneit ich glaube hier ist gerade Sommer gut ich glaube der macht Geschwindigkeit das sind so etwas nix die Karte kreis dann haben wir ganz gut und hier sind die Karte kreis die Karte kreis ne okay ich dachte die Karte kreis die Karte kreis Wie sieht er die Töne aus? Ja, ich denke, ich finde die Töne von meinem Haus Oh schon Oh schon Du kannst das schaffen, Hetzer Du schaffst das! Ich glaube an dich Nein, Hetzer fährt da jetzt nicht runter Ja Du bist vielleicht gift Ich hasse dich auf Ich glaube nicht Das wäre eine Die Töne Versteckung sein Wenn dann jemand vorbeikommt Denkt er sich aber sicher Was wahrscheinlich gar nicht passieren wird Dann Dann Kommt da jemand mit den Daten aus Treff Was? Nichts ist kaputt gegangen Okay Unerwartet Echt unerwartet Und hier, und hier Und hier Und hier Und hier Und hier Und hier Ja Und hier Sehr gut Ja Ja Und hier Hier ist es so. Jetzt passt es. Jetzt macht es hier irgendwo ein bisschen. Achso. Abfalle ab. Der ging voll durch ihre Panzer rum. Okay, da haben alle vertreten. Ich bin nicht gerechnet. Na ja, wenigstens etwas. Let's have fun to win. Der T5 war da. Warum hat der T5 nicht mehr vertreten? Ich sehe sie nicht mehr. Ach. Ja, genau deswegen habe ich sie vertreten. For one. Schnell in den Graben. Komm raus. Auch immer du steckst. Okay, wieder vertreten. Boah. Das war das knappste runter wegen aller Zeiten. Weißt du? Wir haben Geld in die Schule. Feuererlaubnis erteilt. Ziel verloren. Oh nein. Ja, das ist mein Kugel. Sehr gut. So, dann könnte ich schon mal hier helfen. Denn, drücke, ich bitte dich. Komm mal, nee, ey. Kannst du mich dann Dankeschön abgeben? Ich dachte schon. Aber hinter mir ist noch einer, jetzt sollte ich noch Wunsch aufmachen. Oh Gott, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ziele fasst. Wo sind sie hin? Nicht drüben, oder? Das war's für uns. Los hier. Ah, die Hummel. Okay. Na dann. Naja, ich habe wenigstens jemandem Schaden gemacht. So, das war es für erstmal für die erste Folge oder zweite Folge dabei, welche wir auch immer sind. Und ich freue mich, dass ihr zugesehen habt und bedanke mich herzlich. Bis bald.